Ein exklusiver Audi Q7 steht hier zum Verkauf. Die weiße Limousine hat einen Kilometerstand von 118.740. Die Erstanmeldung war Anfang 2010. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partygefilter und noch vieles mehr. Der Oberklasse-Diesel gibt eine Leistung von 239 PS an ein Automatikgetriebe ab. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017